Reddy macht das schon. Reddy mach ich auch glaube ich nur bis Level 10. Dann dauert es nicht so lange und die Arena schafft man auf jeden Fall. So Eddie ist Level 8. Boah ein Level unter mir. Unter Eddie. Da war ein Tank auf jeden Fall wichtig. Ah nein. Dann haben wir ihn doch nicht. Scheiße. Das war's für mich. Das war's für mich. Ein Radfahrt! Oh, das ist er. Das war's. Ebennoyen, yoohoo! Oh, ich liebe es! Wir haben uns ein Heuler, Alter. Oh, das ist ein Heller, Alter. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. So, ich würde dann hier mal ein Pokémon senden. Dann ein bisschen rein. Tausend. Ich bräuchte vielleicht... Ich hab nur tausend. Immer drei drin gehabt. Hallo? Wie sieht aus, als hättest du das Zeug zu einem Pokémon Champion? Ich bin kein Trainer, aber ich kann dir ein paar Tipps geben. Lass mich dir den Weg zum Erfolg zeigen. Der Tipp ist kostenlos. Lass uns anfangen. Das Pokémon an der Spitze der Pokémon Liste kämpfen als erstes. Wenn du die Reife der Pokémon änderst, könnten Kämpfe leichter werden. Ja, ja. Bleib stehen. Äh, stehen wo du bist, Kleiner. Es dauert noch nicht Jahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Äh, ein Alpino-Mexican. Äh, ein Alpino-Mexican. Äh, ein Alpino-Mexican. Und so geht es. Wenn der Donner bitte nicht gut ist. Ja, muss ich nicht gut sein. Ich glaube, ich werde wieder Donner-Mann sehen. Eine große. Oh, nein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lichtjahre messen die Entfernung, nicht die Zeit Ich glaube, wir haben ja auch noch gar nicht geredet Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gerüchten zufolge sollen die Pipis vom Mond stammen Nachdem der Mondstein auf dem Mondberg fiel, sind sie erstmals aufgetaucht Ich bin der Arena-Liter von Moria City Rock Meine Devise ist eine steinhare Verteidigung Eine felsenfeste Entschlossenheit Deshalb turniere ich Stein-Pokémon Willst du als Lob immer mit mir aufnehmen? Okay, zeig mir wie gut du bist Und warum möchte kämpfen? Kleinstein Erzähl Und noch Da muss ich wirklich gucken, wenn ich noch was hier Effekt tief zu sein Aber eben Effekt tief zu sein Der ist nicht so effektiv Ich habe mich gerade mal so festgestellt Ready Ein bisschen besser Ich viel besser, aber ein bisschen besser Die erste Runde kommen Ich kann mal passieren Weil ich dadurch jetzt schon mal weiß, dass ich noch ein bisschen trainieren muss. Aber dafür, meine lieben Freunde, werde ich mal kurz einen Cut machen. Weil ich da nämlich einen kleinen Plan habe, wie wir uns die Zeit ein bisschen ersparen können. Und deswegen bis gleich. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. So und ich würde sagen, wir leveln mal eine Wunde. So geht das Ganze ein bisschen schneller und wir müssen nicht so ewig haben. Wenn die auf meinetwegen jetzt rumjammern. Aber ich sehe halt die Vorteile. Können wir jetzt einfach mal bis level 15. Vielen Dank.